Johnny Mauser, Franz von Hahn und der Dicke Waldemar wollen Geburtstag feiern. Torte. Torte. Wir haben Hunger, Chef. Und Geburtstag. Torte ist in den Suppen. Das wird ein Kinderspiel. Haben wir ihn umgefahren? Natürlich wart ihr das. Ich glaube, er braucht dringend eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Digit, nein, brauche ich nicht. Lass mich, ich habe mehr Puste. Packt mich doch endlich auf euer Rad und bringt mich nach Wuppelwupp. Fieses Schmerz. Das muss sofort behandelt werden. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Aber solche Gäste braucht kein Schwein. Hey, was soll das? Gute Reise. Dieses fiese Schwein. Auch das noch. Die kommen nie zurück. Ein guter Freund und jeder Tag wird schön. Ein guter Freund wird hier. Wir werden Mullewapp zurückeroberen. Und dann ist das Schwein überquert. Und fisch. Die kacke. Dein Freund wird immer zu dir stehen. Ja, immer. Immer auf die kleinen Garten. Dein Freund kriegt dich nie im Stich. Das war sensationell. Ja, saustark. Mullewapp. Eine schöne Schweinerei. Hast du gepupst? Johi. Ja, saustark. Vielen Dank.